Hallo, hier ist wieder defi.jetzt mit Mario und Ralf Knobloch und wir haben heute Sergej Kunz, Co-Founder von 1inch zu Gast und Sergej wird uns die 1inch Wallet vorstellen und ich übergebe jetzt das Wort an Sergej. Servus, grüß euch alle. Vielen Dank für die Einladung nochmals. Ich zeig mal das neue Wallet von 1inch kurz, dann klären wir ein bisschen was drumherum und auf geht's. Vor ein paar Tagen wurde das 1inch Defi-Wallet veröffentlicht. Hinter dem Wallet ist einfach ein benutzerfreundliches Interface anbieten zu können für die Leute, die viel im Handy stecken. Das sind die meisten in Asien und die Hälfte der Besucher von der 1inch App, die die meisten benutzen halt, mehr als die Hälfte, sagen wir mal so, benutzen ein Mobile Handy, also ein Handy. Im ersten Step wurde die iOS-Version veröffentlicht, die andere Version wird gerade von einem anderen Team entwickelt und wird auch dann irgendwann mal veröffentlicht nach Security Audits und so weiter und so fort. Also das Wallet sieht so aus, also ich kann es leider jetzt nicht auf dem Handy zeigen. Das kann sich jeder runterladen auf dem iPhone oder auf dem Tablet. Es ist nur nicht für Tablet angepasst, aber es läuft in diesem Kompatibilitätsmodus. Man hat ein ganz normales Interface mit den ganzen Wallets. Du kannst mehrere Wallets drin haben. Du kannst die easy importieren mit Appscannen von zum Beispiel Private Key. Zum Beispiel den MetaMask exportieren, dann bekommst du halt dieses Textfeld angezeigt mit dem Private Key. Du kannst es einfach mit dem Handy abscannen. Und die Artificial Intelligent Software im Handy, im Apple iPhone kann man den Text erkennen und die Wallet kann das dann auch importieren. Das Gleiche ist auch für die Zid-Phrase. Die Zid-Phrase wird auch erkannt. Ich bin mir nicht komplett sicher, wie das mit handschriftlichen Erkennung ist, aber zumindest wenn man sich das einfach ausgedruckt hat, dann kann man das schön einscannen. Man kann auch unterschiedliche Themes wählen. So eine Karte kann auch eine andere Farbe haben. Man hat Übersicht über die Assets, man hat die History auch, was wurde wann gemacht. Man hat auch dann die Anbindung in den Aggregator. Das heißt, man kann Tokens tauschen, die im Infirium-Netzwerk so gibt und auch in Binance Smart Chain. Man kann auch wunderbar zwischen den einzelnen Netzen wechseln. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, euch das mal auch live zu zeigen. Ich muss mal gucken. Vielleicht kann ich das doch hier über so einen Scheren. Ich versuche mal hier eine neue Wallet zu erstellen. Das gibt es jetzt aber erst mal nur im Apple-Universum sozusagen, also für iPads und iPhones. Planet ihr das auch für Android-Nutzer zu basteln? Wie ich schon gesagt habe, da ist noch ein anderes Team, was die Entwicklung gerade von Android-Wallet macht. Man kann zum Beispiel hier einen Wallet erstellen. Also wenn ihr das einfach mal installiert, die Wallet, dann bekommt ihr so ein Screen. Ihr könnt einfach hier auf Import gehen. Ihr könnt hier die Seed-Phrase reinkopieren. Ihr könnt ein Bright Key reinkopieren. Ihr könnt auch eine Adresse, eine Wallet-Adresse auch hinzufügen, dann ist so eine Wallet als Read-Only importiert. Es gibt noch diese Kamera-Funktion und da kann man zum Beispiel dann einscannen. Wie ich schon gesagt habe, man kann dann zum Beispiel ein Bright Key 1 scannen. Ich habe jetzt schon mal ein neues Wallet. Notiert euch das bitte. Ich werde da mal einen Drop machen. Spaß. So, man kann hier einfach bestätigen und ich nenne das mal Wallet 1. Natürlich muss man dann jetzt hier das nochmal wieder alles für alle Fälle... Ihr verwendet zwölf Wörter, richtig? Genau, das sind zwölf Wörter. Ich glaube, ich muss mal kurz einen Screenshot machen. Ich kann mal das mal kurz behüblich machen. Ganz kurz. Mein Telegram ist ziemlich laut. Screenshot zu machen ist nicht so eine gute Idee, weil das natürlich dann von anderen Diensten, die noch auf dem Telefon laufen, ausgelesen werden kann. Besser, das per Papier abzuschreiben und dann händisch wieder in der App einzugeben. Denn nochmal für alle, die sich damit noch nicht ganz beschäftigt haben, im Prinzip sind diese zwölf Wörter, daraus wird der Private Key erstellt und wer den Private Key hat, der hat auch Zugang zu eurer Wallet und damit zu eurem Geld. Also diese zwölf Wörter solltet ihr so gut noch besser beschützen als eure EC-Karte und den PIN. Und ich sage immer, das ist quasi die Banklizenz. Kann man, genau, gute Idee, ja. Was war schon mit der Banklizenz? Ja, diese zwölf Wörter, diese Memonik-Wörter, manche sagen auch Sie dazu, aber eigentlich ist die Memonik-Phrase, diese zwölf Wörter sind deine Banklizenz, weil dadurch oder daraus werden ja deine Krypto-Adressen, deine privaten Schlüssel, der Marco sagt immer Private Keys dazu, abgeleitet. Und das sind ja deine Handwerkszeuge, um unabhängig in der Kryptowelt agieren zu können, quasi ohne Bank, selber als Bank. Weil du hast ja die Verantwortung für deine Assets und wenn die weg sind, beziehungsweise wenn der Zugriff darauf weg ist, ist er weg. Genau. So, und deswegen mit diesen zwölf Wörtern in eurem Fall, bei anderen sind es halt 20 oder 24 Wörter, je nach System, kann man mit jedem anderen Wallet, die das halt auch entsprechend unterstützt, kommt man da auf die gleichen Adressen, Krypto-Adressen und auf die gleichen privaten Schlüsseln. Ja. Und für Testzwecke kann man schon durchaus mal so eine Kopie machen, aber für Wallets, wo wirklich dann hinterher Werte drauf gespeichert werden sollen, sollte man das nicht tun. So, alles klar. Dann geht's weiter. So, was hatten wir? Geben wir einfach mal sicher, dass derjenige hier auch die Wörter aufgeschrieben hat. Was ich empfehlen kann, ist vielleicht bei eBay oder bei Amazon so eine Platte zu bestellen, wo man eingravieren kann. Das ist ziemlich cool. Das sind optische Hardware-Wallets, habe ich so bezeichnet, wo du brandsicher, teilweise explosionssicher und wo du immer die Wörter speichern kannst. Und bei den Wörtern ist es so, dass nur die ersten vier Buchstaben notwendig sind. Der Rest ist nur, damit wir es uns besser merken können. Kannst du dort auch nur zwischen den Public-Chains oder auch zwischen Test-Chains auf dem Wallet wechseln? Denn normalerweise würde ja erst jeder mal ein bisschen rumtesten. Also bei Ethereum, bei Gurley oder bei einer anderen Chain. Die Test-Chains unterstützen wir nicht, weil die Aggregierung dort nicht funktioniert. Also nicht alle DAGs sind dort abgebildet. Wir sind aber dran. Wir sind aber dran, das zu verbessern. Aktuell hast du Ethereum und meine Smart Chain, also die Main-Apps. Ich werde mal jetzt auf diese Wallet, werde ich jetzt mal hier in der Smart Chain, werde ich jetzt mal was überweisen. Von der anderen Wallet, damit wir hier ein bisschen Guthaben haben. Ich habe, glaube ich, nächstes Mal auch gezeigt, dass wir da ein bisschen mal getredet haben. Ich zeige das nochmal kurz. Das geht mal schnell. Bei einer Smart Chain. So. Schicken wir mal zwei BNB rüber an. Also wir sehen oben unter U-Wallets, wo du wahrscheinlich der Wallet einen eigenen Namen geben kannst, sehen wir das Netzwerk, in dem du unterwegs bist. BSC steht für bei einer Smart Chain. Genau. Du kannst auch zu Ethereum wechseln. So. Wie klickst du da drauf? Auf die? Auf BSC. Ja. Die Call geht raus. Ja. Ist unterwegs. Dazu sagen für unsere Zuschauer, Hörer. Also das, was du jetzt hier live überweist, kostet auch dein eigenes Geld. Das heißt, die Transaktionsgebühren, die hast du jetzt sozusagen verloren. Nur um das zu zeigen. Ja, die sind ziemlich gering bei meiner Smart Chain. Jetzt habe ich was reinbekommen. Ich habe zwei im BNB überwiesen. Das sind 1200 Dollar. Ziemlich unglaublich, wenn man davon ausgeht, was es irgendwie letztes Jahr gekostet hat. Also ein BNB. Wir haben zum Beispiel die Investitionen von Binance bekommen. Und ich glaube, wir haben das irgendwie zu 19 Dollar verweistet. Also ProCoin. Hätten wir einfach gehalten. Hätten wir irgendwie die zweite Runde nicht gebraucht. Ja. Aber es ist halt Krypto. Man weiß nie. Also wenn ich so ein Wallet mal hier ändern möchte, dann kann ich hier auf My Wallet gehen. Dann kann ich dort an die Einstellungen tätigen. Es gibt, man kann den Zugang zu der App auch mit Face-Haddy und PIN sperren. Es gibt auch iCloud Backup. Man kann hier auch ein paar andere Einstellungen tätigen. Man kann auch auf App-Settings gehen und dann hier zum Beispiel die Sprache ändern auch. Das funktioniert auch. Da gibt es auch andere Sprachen. Da gibt es auch Chinesisch, Koreanisch glaube ich, noch ein paar andere. Es gibt auch Help-Center, wenn man da zusätzliche Fragen hat. Man findet hier zum Beispiel einen Bereich One-Inch-Wallet. Da sind ein paar Posts da, zum Beispiel wie erstellt man so eine Wallet und noch andere Sachen. Wir haben jetzt ein bisschen Geld drauf. Wir können es verschicken. Wir können auch hier zum Beispiel, wenn du präsentierst, bekommst du auch so einen QR-Code zum Empfangen. Wenn wir hier auf Senden klicken, dann kann man hier zum Beispiel ein anderes hinzufügen. Man kann auch hier abscannen. Das funktioniert auch. Und dann kannst du auch aussuchen, was du verschicken möchtest. Wir haben sehr, sehr viele Tokens hier. Alle, die so bei einer Smart Chain zu finden sind, weil wir bei einer Smart Chain sind. Es gibt so ein paar Einstellungen. Man kann zum Beispiel Gaspreis setzen. Bei einer Smart Chain, man kann auch mit 5 GW verschicken. Das funktioniert auch. Wir können hier mal auch ein bisschen traden. Wir können sagen, okay, ich habe hier, ich würde mal 25% von dem, was ich hier drin habe, gegen 1inch. Ja, swappen. Dann machen wir das so. Dann kann man hier auf Confirm gehen. Und dann kann man sich nochmal die Transaktion angucken, wie es kann. Swap ist durch. Ging ziemlich schnell und günstig, würde ich mal behaupten. Man kann hier auch in der Historie sehen, was gemacht wurde. Nochmal kann man auch bis hier gehen. Und 1,41 Dollar habe ich gezahlt für die Transaktion. Im Vergleich zu Ethereum ist ziemlich günstig. Was wir jetzt noch nicht haben, ist so eine Bridge. Ihr könnt die normale Bridge von Binance verwenden, um die Tokens von Ethereum bis hier und zurück schicken zu können. Ansonsten gibt es noch einen Support für Wallet Connect. Ich mache mal kurz eine Screenshare raus. Warte mal kurz. Bietet ihr vielleicht auch irgendwie Bridgeing an? Wäre ja auch eine Idee. Ich tue, was ich auf Binance bei 1inch was rein und kriege es auf Ethereum wieder raus. Das könnte sicher auch eure Wallet mit anbieten. Also jetzt ist zwar noch ein bisschen Programmieraufwand, aber von der Idee her? Wie ich schon gesagt habe, wir können, also wir haben noch keine Bridge eingebaut. Es gibt eine Bridge von Binance, die kannst du verwenden. Ich würde gerne mal kurz euch zeigen, wie das hier mit dem Wallet Connect funktioniert. Also wir haben keinen Browser. Es gibt halt Probleme mit Apple bezüglich Browser. Zum Beispiel Transworld hat irgendwie sogar eine Sperre bekommen. Wir sind dran, eine Lösung zu finden. Wir müssen irgendwie dann in Action-Updates etwas liefern in die Richtung, dass du dann quasi so eine Art internen Browser hast, der als App-Store funktioniert. Wir müssen mal gucken, wie wir das durchpushen bei Apple. Hier, also hier habe ich einen Browser offen, einfach Safari. Ich bin auf der normalen Seite von der App. Ich kann hier auf Connect Wallet drücken, links unten. Also hier unten gibt es Connect Wallet. Dann kann ich hier sagen, okay, ich will Binance und 1inch Wallet Connect. Dann kann ich hier auf 1inch drücken. Und dann komme ich hier in die App. Und hier muss ich einfach nur bestätigen, dass ich mich verbinden möchte. So, jetzt kann ich wieder zurückspringen. Jetzt bin ich schon verbunden. Und das ist jetzt aber nicht mehr in der App, sondern im Browser jetzt. Das ist jetzt im Browser, genau, über die Wallet Connect Digitalität. Okay. So, jetzt habe ich hier auch das Gleiche hier mit dem Swap. Ich kann hier auch Limit Order setzen. Im Ethereum-Netz, im Binance Machine funktioniert das nicht. Ich kann hier zum Beispiel, jetzt habe ich hier 1inch gekauft. Das habe ich auch letztes Mal gezeigt. Jetzt kann ich auch ein Staking machen. Ich kann hier ein Unlock machen, mache Infinity. Ich springe wieder in die App. Das ist dann sozusagen wie, wenn du das auf dem Browser machen würdest. Jetzt fragt dich aber nicht MetaMask. Also, wenn du dann PC machen würdest sozusagen. Es fragt dich jetzt halt nicht MetaMask immer, ob es machen darf, was du möchtest, sondern die 1inch Wallet springt immer wieder rein. Und bevor du das nicht nochmal bestätigst in der 1inch Wallet, passiert dann ja auch nichts. Nur nochmal zur Sicherheit, dass alle auch wissen, dass man da eigentlich nicht viel falsch drücken kann, wenn man das nicht möchte. Jetzt zum Beispiel kann ich hier so ein Token staken. Ja. Was heißt das Token staken? Man kann 1inch Token auch staken. Also es gibt einen Smart Contract, wo man den Token hinterlegen kann. Ja. Und danach bekommt man Berechtigung, hier mit zu bestimmen. Zum Beispiel die Einstellungen. Oh, der ist noch ein Schreibfehler. Die Transaktion. Schreibfehler wo? Da war Transaction failed. Da stand nur Filed. Okay. Danke. Muss ich mal den Leuten mal sagen. Also bei der Popup, bei dem Popup. Was staken genau ist, Ralf, das hatte der Sergej uns im Tutorial 6a schon gut erklärt. Da sind wir das ganze mal auf der Ethereum Blockchain und auf der Binance Smart Chain durchgegangen. Da hat er das alles gezeigt. Das ist klar, bloß hier ging es ja nochmal darum, nochmal kurz zu erklären, was passiert da, wenn er einen Token staken. Achso. Okay. Ja. Also es gibt eine Möglichkeit 1inch Token zu staken. Dann hat man Berechtigung hier im Governance. Man kann dann mitbestellen einfach. Das habe ich auch letztes Mal gezeigt. Genau. Ja. So funktioniert das. Jetzt. Es gibt noch was cooles. Das ist zum Beispiel, wenn ich eine Transaktion mache. Ich bekomme hier auch eine Modifikation, Benachrichtigung auf der Apple Watch. Das habe ich letztes Mal angeteasert. Ich kann euch mal zeigen, wie das aussieht. Ich muss mich kurz hier im Browser connecten. Funktioniert gleich. Auch Broad Connect. Ich muss nur kurz abscannen. So im Co-App-Bot. Da sind wir verbunden. Ich mache einfach nur eine kurze Transaktion. Okay. Okay. Und los geht's. Das müsste hier auf die Apple Watch mal den Nachrichtigen kommen. Ich habe die Kauf. Das kann ein bisschen dauern. Ja, das Coole ist, wir bekommen eine Benachrichtigung von dem Browser an die App. Und die Benachrichtigung ist einfach die Transaktion. Die Transaktion wird auseinandergenommen, also auseinandergeschnitten. Und wir, basierend auf der EBI, das ist so eine Beschreibung von einem Interface von einem Smart Contract, verstehen wir, dass das zum Beispiel ein Swap ist. Und wir gucken auch, okay, wie viel wird da sowas getauscht, ja, und wie viel mindestens du bekommst. Und das zeigen wir auch in der App, in der Extension hier, in der Notification Extension. Und allerdings, diese Notifikation, die brauchen ein bisschen, es kann sein, dass ein bisschen überladen ist, weil wir hatten ziemlich viele Downloads. Es sind glaube ich schon über 15.000 Downloads seit vorgestanden. Und das geht dann so weiter. Okay. Zu dem Wallet habt ihr, also das heißt, die Token werden... Also da ist die Notifikation, ich probiere mal das Ganze. Ist ein bisschen unscharf, aber man sieht, dass da was ist, ja. Ja, da. Ja, gut. Auf jeden Fall. Ich kann hier bestätigen. Keine Ahnung, warum meine Echo Watch das nicht bekommen hat. Müsste auch ankommen. Eventuell ist die nicht verbunden gerade. Ich kann hier draufklicken und kann dann so einen Approve machen. Zack. Und dann ist die Transaktion durch. Also es wird sichergestellt, dass wirklich quasi angezeigt wird, was genau passiert. Bei MetaMask ist das nicht der Fall. MetaMask zeigt das gar nicht an. MetaMask zeigt irgendwie, da wird einfach irgendwas ausgeführt. Die zeigen die Call Data. Bei Approvals zeigen die, was da genau approved wird. Allerdings, das ist ja nur dafür, was die da gemacht haben. Für die Signaturen, wenn man eine Signatur stellt oder wenn man einen Swap macht, zeigen die nicht, was genau passiert. Und das ist schlecht, weil so haben ein paar Leute Geld verloren. Die sind dann zum Beispiel auf eine Fake-Seite gegangen. Passiert öfters, dass zum Beispiel One-Inch komplett kopiert wird und dann als Fake-Seite präsentiert wird. Und die Leute verlieren dann das Geld. Bei dem Wallet wird dann sichergestellt, wird genau erklärt, wo wird was getauscht. Wenn es zum Beispiel One-Inch-Smart-Kontrakt ist, dann wird das auch als One-Inch-Smart-Kontrakt angezeigt. Und nicht einfach als Adresse. Kannst du dein Wallet auch als Multi-Signatur-Wallet nutzen? Also sprich, dass du zwei oder N Zustimmungen brauchst und dass vielleicht sogar die Zustimmung, wenn du was überweisen willst, ab einem bestimmten Limit über zwei oder mehr Geräte ziehst oder von einem anderen Wallet noch eine Zustimmung brauchst. Kann auch ein zweites Gerät sein. Also wir haben keinen Multi-Seek. Wir haben keine Smart-Kontrakt dahinter. Zum einen sind die teurer, wie die normalen Wallets. Das Wallet ist ziemlich abgesichert. Prinzipiell kann er wenig schief gehen. Auch wenn jemand das Ding gel-brakt, der kommt nicht an die Pride-Keys, diesen Verschlüssel. Mit dem Secure-Enclave Privatschlüssel, der im Secure-Enclave rumliegt. Und die Backups sind auch verschlüsselt. Also du kannst einen iCloud-Backup machen zum Beispiel. Wenn du ein Handy verlierst, dann kannst du vom iCloud wiederherstellen mit deinem Passwort. So, kommen wir mal kurz zurück. Ihr seht mein Screen, oder? Genau. So, ja, wir sind in der App-Store. Ihr könnt das hier direkt unterladen. Kann ich mit der One-Inch-Wallet auch Uniswap benutzen? Oder geht das, also beziehungsweise, oder kann ich auch mit der andere, also dieses Abfragen, die Sicherheit, dieses Bestätigen vor der Transaktion, wenn ich das im Browser mache, kann ich das auch auf anderen DeFi-Plattformen benutzen? Oder ist das nur für One-Inch? Das passende Call-Data funktioniert jetzt aktuell nur für One-Inch, weitere Plattformen kommen. Da muss noch ein bisschen nachprogrammiert werden. Warum willst du denn Uniswap benutzen? Ja, Uniswap fiel mir nur als erstes ein. Stimmt, warum will ich Uniswap benutzen? One-Inch ist ja sehr günstiger. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt dann weitergehen möchte und bei, was weiß ich, es gibt ja noch alle möglichen anderen Furo-Kombo zum Beispiel, wenn ich dort eine Transaktion mit zusammenbauen möchte oder so. Also einfach kann ich auch andere Web3-Schnittstellen in DeFi-Space bestätigen damit. Du kannst dich über Vault-Connect verbinden. Einfach über Vault-Connect, QR-Code abscannen und dann bist du schon verbunden. Da brauchst du kein Metamask. Das Gefährliche bei Metamask ist, also ich habe jetzt wieder vor kurzem von einem der deutschen Investoren, die in der ersten Runde mit dabei waren. Die haben mich gefragt, ob ich da mal nachschauen kann. Ein, ich glaube, Co-Founder von ihm hat Geld verloren, weil er Private Key Metamask drin hatte. Der Hacker hat irgendwie Zugriff auf das Fallsystem gehabt und wo er dann quasi den Anlock gemacht hat von Metamask ist er dann reingekommen. Genau weiß ich nicht wie, aber trotzdem ist es halt gefährlich, ne, wenn du die Private Keyes direkt auf deinem Rechner hast, in deinem Browser. Und es ist besser, auf dem Handy zu haben, das ist ziemlich geschützt, ne, und auch super verschlüsselt, auch mit dem Secure Enclave Chip. Und es gibt mehr Sicherheit, ja. Da wird diese Vault-Connect-Brush verwendet, die ist aber ziemlich sicher, die ist sicher, weil es wird dann in beide Richtungen verschlüsselt, peer-to-peer. Ähm, ja. Also, sag mal, Alex, das heißt, ich könnte jetzt mit eurer Wallet, könnte ich eigentlich Metamask bei mir kicken vom Rechner und alles, was ich bisher dort verwalte, könnte ich mit eurer Wallet verwalten? Ja, genau. Ich kann ja sowohl private Schlüssel importieren, ich kann auch Wörter, ich glaube, Metamask verwendet auch nur zwölf, ne? Es ist unterschiedlich, ne? Du kannst auch private Schlüssel bei Metamask importieren, du kannst auch Seed-Phrase verwenden. Ja, das weiß ich, ja. Habe ich auch mal gemacht. Und ich glaube, Metamask verwendet ja auch nur zwölf Seed-Wörter, also Memonic-Wörter. Kann sein, ja. Du kannst auch 24 importieren, also alles geht. Was, genau, was wir noch nicht unterstützen, sind die sogenannten Derivate-Paths, zum Beispiel Ledger-Live, Derivate-Paths, zum Beispiel, wenn ich die Seed-Phrase jetzt von einem Ledger importiere, dann sehe ich nur die ersten Adresse und nicht die anderen. Das kommt jetzt noch, ja, dass man auch Custom-Derivate-Paths verwenden kann. Ja, das ist jetzt noch nicht gemacht worden. Es sind nicht so viele Leute, die da gerade auch dran arbeiten. Es sind gerade nur drei Leute, die da dran arbeiten. Hardware-Vollets unterstützt ihr aktuell oder versucht ihr Ledger zu unterstützen? Noch andere? Die Idee war ja, Ledger zu integrieren. Allerdings, die sind dann ziemlich schlecht dran, hier Open-Source den Code zur Verfügung zu stellen, damit man das integrieren kann. Also wir sind im Gespräch mit Ledger. Tresor, das ist doch Tresor, oder? Ja. Da sind wir auch in Kontakt. Bei denen ist es ein bisschen anders, wie es funktioniert. Müssen wir auch gucken. Prinzipiell, meiner Meinung nach ist es schon so sicher genug. Ja, also auch wenn noch ein Jello-Projekt ist und jemand einfach dein Handy versucht zu knacken, er kommt nicht an die Projekt-Keys und zieht raus. Einmal kurz Jello-Projekt für die, die es nicht wissen. Du verwendest das jetzt schon zum wiederholten Mal. Ja, also es gibt eine Möglichkeit dann quasi in das Betriebssystem von iOS, weil sie sich, ja, das Ding zu hacken und dann reinzukommen und dann vielleicht noch andere Apps zu installieren oder bestimmte Daten abzugreifen von den Apps, die schon drauf sind. Und ja, die sind verschlüsselt. Bei uns sind die verschlüsselt mit dem, also bei dem iPhone gibt es diesen Chip, der die kryptographischen Sachen übernimmt, zum Beispiel irgendwelche Sachen signieren kann, schlüsseln kann, basierend auf den Private-Keys, die in der Hardware, in dem Chip drin liegen und nicht rausgeholt werden können. Und diese Funktionalität wird hier auch verwendet, um die Projekt-Keys und C-Phasen zu schützen auf dem Gerät. Ja, gehen wir mal weiter. Ich wollte hier noch mal kurz zum Help-Center, also wie schon gesagt, help.warnish.io und dann findet ihr da im Bereich Manage Wallet und dann gibt es hier sehr, sehr vieles. Hier zum Beispiel Vault-Connect wird erklärt, wie so ein Vault-Connect hier funktioniert. Da klicken wir zum Beispiel auf Connect Wallet und man sucht sich dann zum Beispiel Vault-Connect aus. Man kann sich dann auch direkt dran verbinden. Und in der App gibt es dieses Icon zum Einscannen von dem QR-Code. Kannst du dann den Web-Rosa zu deinem Wallet verbinden. Genau, so sieht das aus. Also, Notifications müssen noch eingeschaltet werden. Hier Vault-Connect zu beschreiben. Ich wollte noch mal kurz zu der Lightning-Page gehen. Es wurde mal hier so eine tolle Lightning-Page gemacht. Ja, 1inch Wallet, wie gesagt, ein User-Friendly-Entry-Point-to-DeFi-Space. Im Endeffekt, durch die Aggregierung von den unterschiedlichen Decks, Lightning-Protokolls, hat man direkt die Möglichkeit, auch ins Compound zu swappen. Zum Beispiel, wenn du USDC hast und du willst jetzt 5% Jahreszins verdienen, dann kannst du direkt von USDC zu Compound-USDC swappen, direkt in dem Swapp-Interface. Oder wieder zurück. Oder du hast die Filme und du willst gerne zu USDC wechseln und zu USDC. Das geht auch. Später, wie schon gesagt, wir wollen dann noch so eine Art App-Store machen, wo die unterschiedlichen DeFi-Projekte auch aufgelistet sind und man dann direkt reingehen kann. Plus natürlich das, was bei 1inch Network angeboten wird. Wie schon gesagt, wir supporten gerade zwei Netzwerke, da kommen noch weitere dazu. Welche? Welche kommen dazu? Also ich bin gerade hier beim Rumspielen von Polygon, von Magic. Die drücken uns schon auf die Perle, weil da gibt es ein bisschen Liquidität und wir kennen die schon so Ewigkeiten eigentlich, seit der Hackathon-Zeit. Allerdings, ich habe so ein bisschen gefühlt, die haben einfach alles geforkt und irgendwie zusammengefremdelt, die indischen Kollegen. Allerdings, da ist ein bisschen Geld drauf, gerade auf der Chain und da gibt es eine Bridge. Allerdings gab es heute wieder Kritik, dass da Multisieg dahinter steckt für die Bridge. Zwei von drei und das ist blöd. Ich würde behaupten, die wollen das irgendwie noch verbessern. Die wollen so öffentliche Personen als... Wenn ihr Formatik integriert, werdet ihr dann auch in euer Wallet eine Layer-2-Solution mit einbauen, weil Formatik arbeitet ja glaube ich auch an so Optimistic Roll-Ups. Also Matic hat aktuell kein L2. Die haben sowas wie Plasma. Was wir integrieren werden, ist wahrscheinlich einfach die Mainnet von denen. Ist einfach ein Fork von GF, von Ethereum. Layer 2, was kommt, ist Optimism. Sehr bald. Und da kommt auch ZK-Sync. In ZK-Sync haben wir investiert. Und die sind besser als Optimism, weil die sind sicherer. Bei Optimism, man geht so optimistisch voran und sagt, wenn jemand bedrückt, dann kann man das hinterher nachweisen. Und die Auszahlungen aus dem Layer 2 dauern eine Ewigkeit. Bei ZK-Sync sind die Proofs, die Beweise sind schon da. Ja, direkt bei der Ausführung. Und das ist halt der Unterschied. Also die Jungs kämen ziemlich gut und auch Russen. Und die machen echt krasses Zeug. Die haben schon die erste Version von ZK-Sync da. Man kann die Tokens hin und her schicken. Das ist sehr, sehr günstig. Die wollen bald Limit Orders auf der ersten Version rausbringen. Und irgendwann, spätsommer, kommt noch scheinbar Layer 2 von denen. Und das wird trocken. Warum? Weil die Kompassibilität ist gewährleistet. Also die Möglichkeit, dass unterschiedliche Projekte in den Layer 2 die Projekte quasi deployen. Und dass die miteinander auch noch sprechen können. Und das macht auch tiefer aus. Das einzelne, diese meine Legos sagt man, dass die untereinander auch quasi sich miteinander konvenzieren können. Und auch voneinander profitieren können. One-inch Aggregation Protocol ist nichts anderes, wie einfach ein Produkt on top von den existierenden Produkten. Ja, also existierenden Protokolls wie Uniswap und so weiter und so fort. Ja, kommen wir kurz hier zu dem Wallet wieder zurück. Wir haben so ein kleines Video hier gebaut. Es gibt auch noch ein größeres Video, also ein längeres Video. Das finden wir mal auf YouTube bei uns. Da wird ein bisschen mehr erklärt. Es gibt diese Private Transactions. Ich glaube, letztes Mal habe ich von denen mal erzählt. Es ist so, dass aktuell ein Problem existiert. Das Problem ist, dass Leute, die... Es gibt Frontrunner, die normale Menschen, die hier bei Uniswap, Social Swap machen. Auch bei uns, wenn die Trades über Uniswap gehen oder Balancer oder Curve, dass die quasi mit Sandwich Frontrunning Attacks angegriffen werden. Das heißt, dass jemand vor dir tauscht und nach dir tauscht. Also vor dir reingeht und nach dir rausgeht und dann irgendwie ein bis drei Prozent Gewinn macht. Dagegen ist unser One-Inch-Liquidity-Protokoll geschützt. Wir haben so Virtual Balance eingeführt. Davon hat Vitalik von 2017 gesprochen. Allerdings hat irgendwie nicht jeder geschnallt, dass das cooles Zeug ist. Und die sind trotzdem bei Uniswap und swappen bei Uniswap, obwohl die die ganze Zeit Geld verlieren. Es gibt so Leute, die so Analysen gemacht haben und sehr, sehr viele Menschen haben sehr, sehr viel Geld verloren. Bereits. Wir versuchen auch das Problem zu umgehen, indem wir Private Transactions anbieten. Da wird die Transaktion an die Miner geschickt. Die wird nicht geteilt in dem Memory Pool. Die kann im Memory Pool landen, wenn zum Beispiel ein Miner ein Unklebock gemeint hat. Das kann passieren. Was noch neu dazu kommt, es kommt jetzt in den nächsten Tagen, eventuell Montag, Dienstag, dass wir jetzt noch die Flashbots mit integriert haben. Die Flashbots, das ist eine Technologie von, ich kenne den persönlich, der das gefunden hat. Die ermöglicht quasi so ein Bundle in einem Block einfließen zu lassen. Die zum Beispiel Ethermine unterstützt dieses. Der wird zum Beispiel im Bundle reingeschickt an Transactions. Zum Beispiel ein Frontrunner sieht eine Transaktion, die lukrativ für ihn ist, wo er Sandwich-Attack machen kann. Dann nimmt er diese Transaktion, legt seine Transaktion davor, legt die Transaktion, die er gesehen hat und legt auch danach eine eigene Transaktion noch rein. Das wird dann beim Miner ausgeführt und wird quasi in dem Block ganz am Anfang ausgeführt. Kein anderer sieht das. Und wenn der Frontrunner genug Geld zahlt, dann nimmt so ein Miner so einen Bundle auf. Und dann hat derjenige, der so einen Swap bei Uniswap gemacht hat, Geld verloren. Und der Angreif hat gewonnen. Und wir haben einfach diese Technologie genommen und einfach bei uns integriert. Und jeder, der dann so eine Flash-Transaktion macht, der ist nicht sichtbar. Und wenn er in so einen Block kommt, dann ist er ganz vorne. Und keiner sieht ihn zum einen. Und zum anderen kann da wirklich nichts schiefgehen. Und keiner kann irgendwie vor ihm reingehen und so weiter. Also sprich, die Leute, die bei euch swappen, die sind geschützt vor Frontrunning. Von out of the box oder muss man da noch irgendwas drücken? Das funktioniert nicht mit Metamask, weil Metamask seine Transactions nicht unterstützt. Die sagen, das ist nicht sicher. Unser Wallet unterstützt das. Das wird auch, also die Staff-Transactions sind schon da. Wie ich schon gesagt habe, der wird zu Miner quasi die Transaktion geschickt. Und der nimmt die dann auf. Bei der Flash-Bots-Technologie, da kann man zum Beispiel mehr zahlen, damit das früher in den Block genommen wird. Und diese Flash-Bots-Geschichte, die kommt auch bald rein. Und im Wallet wird die integriert sein, out of box. Du musst es nur auswählen beim Swappen im Bestätigungsfenster. In der UI ist dann auch bei einem Bestätigungsfenster, wenn dein Wallet seine Transactions unterstützt, über Wallet Connect zum Beispiel. Oder da gibt es glaube ich mal ESA-Wallet, was es auch unterstützt. Da musst du einfach nur bestätigen. Du musst einen Haken setzen und dann wird es dann verteilt. Und das ist kostenlos. Die Staff-Transactions, die zahlen wir selber, weil das ist quasi so ein API-Service. Die sind auch nicht günstig, würde ich mal behaupten. Aber wir wollten das mal kurz mal testen, ausprobieren und gucken, was daraus passiert. Es wird vielleicht noch ein Enterprise-Produkt dafür mal sehen. Ich glaube, die Flash-Bots, die werden eher mehr Integrationsbereitschaft haben bei den Minern. Ich glaube, 70% der Miner haben die Flash-Bots schon integriert. Und es ist zum einen eine Sache quasi eine coole Geschichte. Aber auf der anderen Seite, die Frontrunner haben dann mehr Möglichkeiten, die Leute dann quasi auszunehmen. So, ja, kurz zu dem Wallet nochmal. Also hier erklären wir nochmal, dass es hier Secure & Live-Technologie verwendet wird. Es hat die meiste Liquidität. Es sind 53 Liquid-Sourcen im Ethereum integriert, 24 und BSC. Das Scanning mit den Bright-Key-Seed-Frost habe ich auch schon erklärt. Und die Push-Notifications mit der Apple Watch direkt auf dem Handy. Das ist auch eine coole Geschichte. Vault-Connect, wie bereits erklärt. iCloud-Backup. Android-Coming-Zoom. Habt ihr Fragen? Erstmal nicht, nö. Also zumindest nicht mehr zum Wallet gerade. Die Silent-Transaktionen, die sichert ihr bei euch im Wallet ab, ja? Oder die sind durch euer Wallet abgesichert. Du meinst die Stealth-Transactions? Ja. Die an die Miner direkt gehen. Es ist so, du erstellst eine Transaktion im Wallet, die wird von deinem Projekt unterschrieben und die wird dann über unsere Schnittstelle an die Miner geschickt. Mehr passiert da nicht. Mhm. Und du gibst aber dann einen höheren Geldbetrag ein. Den kannst du mitgeben. Da kannst du entscheiden, wieviel du vorne dran bleibst. Du kannst auch mehr Gas geben. Also bei den Start-Transactions ist es so, es hängt davon ab, wieviel du Gas ausgeben möchtest. Allerdings, die Mining Power ist, glaube ich, bei 25, vielleicht 30 Prozent. Das heißt, dass es etwas länger dauert, bis deine Transaktion irgendwo aufgenommen wird, ja? Wir zahlen noch extra am Top drauf. Ich glaube, das sind locker 60 Cent, vielleicht einen Dollar. Ja, ich glaube 1,20 Dollar sogar. Was wir für jede solche Transaktion zahlen. Ist halt nicht ohne, aber wir wollten das mal ausprobieren. Wie schon gesagt, wir wollten mal so ein Enterprise-Product daraus bauen. Ich glaube, die Flash-Bots tun das ablösen. Ich bin mir ziemlich sicher, weil die Miner, die wollen noch etwas verdienen. Die wollen mehr verdienen. Und das ist die Möglichkeit, mehr zu verdienen. Und dann gibt es auch diese Competition nicht, dass die Leute, okay, dass da ziemlich viel grad los ist und dann will jeder dann mehr zahlen. Also, dann wird es plötzlich hochschaukeln. Aber wenn jeder quasi die Transaktion so abschickt, dass die anderen es nicht sehen, dann ist es halt so, ja, es kann sein, dass es nicht durchgeht, weil du zu wenig angegeben hast, ja? Aber es kann sein, dass es ziemlich schnell durchgeht, weil du genug angegeben hast. Und das ist in deiner Hand. Und es sieht auch keine andere. Das ist dann wie eine verdeckte Auktion, wo du nicht siehst, was die anderen bieten. Ja, okay. In Holländer. Ja. Da kann auch der Gaspreis runtergehen bei Ethereum auch, ja. Und wird diese Möglichkeit nicht etwas beschnitten mit dem nächsten Update, wenn dieser Ethereum Improvement 1559 kommt und das etwas reduziert? Oder wie siehst du das? Ja, das, was die da jetzt bringen möchten, das sollte auch die Gaskosten auch reduzieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so sonst durchgeht. Ich glaube, wir müssen da auch noch etwas anpassen. Also tief bin ich da jetzt nicht eingestiegen in das Proposal. Ja, wenn es etwas bringt, dann ist es okay. Jetzt nach dem letzten Hardfall hat auch etwas gebracht. Die haben jetzt die Preise für die bestimmten Befehle auch neu strukturiert. Und jetzt ist es günstiger geworden. Manche Geschichten sind teurer geworden, aber im Endeffekt der Gaspreis ist wieder runtergegangen. Das ist gut. Die Miner haben auch Gaslimit erhöht, was wir jetzt eigentlich schon vor Monaten vorgeschlagen hatten. Die sind jetzt auf 15 Millionen hoch. Ich glaube, man kann locker auf 30 gehen. Aber es gibt natürlich das Problem, dass der State dann ziemlich wächst. Dass der Speicherplatz dann wächst. Bei einer Smart Chain sieht man das ziemlich stark. Also ich glaube innerhalb von eineinhalb Monaten gab es einen Zuwachs von ungefähr 400 Gigabyte für diese Fast Database, nennt man sie. Also nicht Fullnode, wo man alle States hat, sondern nur quasi mit der Information, mit den Proofs. Und dann vielleicht noch die letzten irgendwie 100 Blocks. Und das ist halt krass. Wir haben auch Fullnodes, BBC Fullnodes. Die haben öfters mal Probleme. Das Chain reorganisiert sich sehr oft. Wir hatten jetzt noch das Glück, dass wir noch die E-Nodes bekommen haben, direkt von Binance. Verbindungen zu den Validatoren. Und dann ist es ein bisschen leichter. Aber trotzdem, viele Nodes, die fallen öfters mal weg bei Binance Smart Chain. Ist dadurch, dass wenn das passiert in der Binance Smart Chain und es sind ja nicht so viele Validatoren bei Binance. Ist es doch 13 oder 20? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, es sind so um die 20, 21 oder so. Und passiert das auch mal, dass die Validatoren dadurch weg sind? Also, ich habe es nicht direkt beobachtet bei den Validatoren. Also, da scherzen auch die Leute, such dir mal einen Validator aus und das sind halt so Bildchen. Und bei jedem Bild ist halt decisiv mal von einer anderen Perspektive. Also, da kann ich nicht viel dazu sagen. Wir wollen auch selber eine Notfall quasi laufen lassen, aber es war zu teuer. Und vor allem, wie die das aufgesetzt haben, war auch mir zu blöd. Ich habe mir nur das mal angeguckt. Die haben die Binance Decks genommen. Man musste Staking in den alten Binance Decks machen, damit du als Validator damit aufgenommen wirst. Vor allem, du hast 20 Millionen Dollar gebraucht. Das ist noch viel mehr. Also, so viel Geld haben wir nicht. Also, wie es jetzt anhört. Das heißt, du kannst dort als Validator, dort wo schon viel Geld ist, kommt immer noch viel Geld mehr dazu. Das ist wieder das alte Prinzip. Nur viel Geld zählt viel Geld an. Ja. Ist das dann gerecht oder gar nicht? Ist kein Interesse da, dass mehr Validatoren einsteigen? Ja, das ist einfach blöd. Also, zum Beispiel XDAI, der Igor, ich kenne ihn auch persönlich, der hat es nicht schlecht gemacht. Der hat diese neue Chain zu XDAI gestartet. Ich glaube, die heißt Staked oder so. Ich bin mir sicher. Da hat er zum Beispiel, da hat der Anton Audit gemacht von dem System, was die gemacht haben. Basierend auch auf dem gleichen Prinzip, Proof of Stake, Delegate Proof of Stake, glaube ich sogar, mit Smart Contracts. Und da ist es ein bisschen besser, da ist es leichter an Validator zu werden, wie hier bei Binance Smart Chain. Natürlich ist es nicht gut, wenn da eigentlich nur große Spieler da mitmachen. Aber ich glaube, kein normalsterblicher kann sich hier im Wohnzimmer eine gute Glasfaseranbindung leisten, plus genug Speicher und genug CPU. Also die Full Note, die braucht schon einiges. Also wir haben hier ein AMD mit 32 Cores, 128 Gigabyte RAM und sehr viele SSDs im RAID, damit das überhaupt läuft. Wir betreiben, also meine Firma, wo ich arbeite, auch eine Archive Note, also das dickste vom Dicken in Ethereum und das ist schon heftig, ja. Okay. Und euer Wallet, du sagtest ja vorhin, dass ihr das auf weitere Chains ausdehnen wollt. Welche werden das im Detail oder mit welcher Priorisierungsreihenfolge sein und warum habt ihr die Priorisierung gewählt? Also für uns ist es wichtig, dass wir nur dorthin gehen, wo auch Leben gibt, ja. Also wir haben gesehen, dass bei Binance Smart Chain was abgeht. Also Binance Smart Chain hat viel, viel mehr Leute im Vergleich zu Ethereum jetzt und auch sehr, sehr viel Geld. Und deswegen haben wir uns entschieden, dann quasi so eine Replizierung auf Binance Smart Chain zu machen. Ich gucke jetzt Richtung Polygon, wie schon gesagt, ich bin gerade dabei, genau jetzt bin ich gerade dabei, eine Note aufzusetzen, eine Full Note. Wenn die läuft, dann replizieren wir die mal durch unsere 300 Server und gucken mal, wie das sich so verhält. Auch eine Konkurrenz hat schon Polygon integriert. Allerdings da ist nicht so viel los. Es gibt Aave, was sich dort auch eingenäßt hat mit sehr, sehr guter Liquidität aktuell. Die Kosten sind gering, aber es ist nichts anderes wie auch bei einer Smart Chain. Das ist einfach, ich würde mal sagen, das ist einfach eine blöde Kopie, die jetzt so tut, als wäre da super sicheres Proof of Stake. Es löst keine Probleme. Es gibt immer das Problem mit dem Speicherplatz, mit dem State, was ständig wächst. Und besser wie Ethereum kann nur Ethereum sein. Wir gucken auch Richtung Near. Also der Anton hat zum Beispiel die Bridge dort angefangen zu bauen, hat die konzipiert. Die Rainbow Bridge ist schon online. Man kann schon die Tokens hin und her schieben. Es gibt schon Volumen auf Near. Allerdings müssen wir dann auf Rastrum schreiben. Das ist ein zusätzliches Aufwand für uns. Die Jungs haben immer noch nicht hinbekommen, das so zu machen, dass man auch Smart, also Ethereum Smart Contracts deployen kann. Also ich kenne die auch. Also ich kenne den CTO, CEO. Und der CTO selber hat, glaube ich, an der IBM gearbeitet, damit Solidity auf Near funktioniert. Die haben da ein bisschen Probleme dort, glaube ich. Und ja, für uns ist das extra Aufwand. Deswegen haben wir das nicht so hoch priorisiert. Ich glaube, Optimism und SICK SYNC hat prior, weil sobald wir Layer 2 haben und die Performance, was SICK SYNC verspricht, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber wir versprechen mehr als 20.000 TPS. Das ist übelst viel. Und es kann sein, dass man schon dann richtig wie auf den zentralisierten, fast wie auf den zentralisierten Börsen dann auch auf Layer 2 treten kann, Limit-Order setzen kann. Also wir liefern bald ein Limit-Order-Protokoll mit Stop-Loss und quasi so ein Stop-Limit-Feature und auch Trailing-Stop. Das ist auch möglich. Wir sind gerade dran, zu gucken, wie wir das jetzt liefern. Ich glaube, im ersten Step ersetzen wir einfach 0x mit unserem Limit-Order-Protokoll, weil das ist super effizient. Auch für die Marktmakers, die quasi per RFQ arbeiten, sind quasi abgefragt, kannst du mir dieses Rate geben. Dann sagen die, okay, ja, dann geben die uns quasi dem End-User, geben die dann so einen Order und der User unterscheidet in Transaktionen und holt diesen Order. Ja, es kann sein, dass das mit Layer 2 dann ziemlich abgeht, dass wir mehr Leute drauf bekommen. Aber wir haben auch Wallet erstellt, weil wir einfach daran glauben, dass die Leute, mehr Leute kommen können, wenn man so einen besseren, benutzerfreundlichen Interface anbieten kann. Bei uns in der Wallet kommt auch bald Kaufen Krypto für Fiat. Die Jungs integrieren da einen Anbieter, der auch lizenziert ist und so weiter. Und dann kann jeder dann Krypto kaufen und bekommt direkt auf seine Wallet, die er dann erstellt hat. Wird das ein deutscher Anbieter sein oder wird das ein europäischer oder schweizer Anbieter sein? Darfst du das sagen? Ich glaube, die, die gerade integriert werden, die sind aus UK. Es gibt aber noch andere. Es gibt ja unterschiedliche aus unterschiedlichen Regionen. Und ich glaube, wir werden auch aggregieren. Wir zeigen einfach, okay, hier ist das günstigste für dein Land. Du kannst hier mit Apple Pay direkt zahlen. Ja, habt ihr dann auch vor, aus dem sogenannten Non-Custodial Wallet, was ja dann nichts kostet, wo jeder selbst für sich verantwortlich ist, auch ein Custodial oder vielleicht ein Halb-Custodial Wallet zu machen, wo dann ein Teil des Schlüssels oder die Schlüssel verwahrt wäre durch einen Dienstleister. Deshalb heißt das ja Custody, also dort auch ein Custodial Wallet anzubieten oder das Wallet als Custodial Wallet anzubieten. Nein, nein. Ich will auch keine Handicodes anbieten für den Hacker. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich will auch nichts mit Waffen oder Lizenzierung zu tun haben. Wenn ich was mache, dann schreibe ich einfach einen Code, was verwenden werden kann. Ja, oder die Jungs, die hier, also ich habe an dem Wallet, habe ich selber nicht gearbeitet. Das ist auch ein anderes Team. Also das ist quasi so ein Subteam, wenn du dich schreibst. Und wir bauen was Dezentrales. Also das ganze Projekt ist ein dezentrales Ding. Ja, also das One-Nation Network. Das sind unterschiedliche Protokolle, die voneinander quasi profitieren und darauf basieren. Und wir haben halt unterschiedliche Sachen gemacht. Zum Beispiel die App, die Browser App, die Wallet wird dann daraus gemacht. Ja, also wir planen nicht. Prinzipiell, es gibt unterschiedliche Techniken. Man kann auch, also zum Beispiel Tornado Cash, die bieten auch, die haben so ein cooles Feature. Man kann so ein Backup machen auf der Blockchain. Du verschlüsselst dein Private Key mit dem Passwort, sehr, sehr lange Passwort. Man braucht ziemlich lange, um das Ding zu knacken. Und dann wird einfach eine Transaktion gemacht, auf der Blockchain abgelegt und du kannst es dann verwenden. Das ist nicht das ganze Private Key, sondern vielleicht noch ein Teil. Also ich bin der Meinung, man braucht nicht irgendwelche Kastodien Services, Banken oder so, die das verwalten. Das geht auch so technisch. Habt ihr auch geplante Wendel, das Wallet auch noch, um Identitäten, digitale Identitäten zu erweitern? Das eine ist ja ein Key, ein Private Key, der einen Wert repräsentiert. Man könnte das ja auch als ein Multi-Ecosystem Wallet für Identitäten, vielleicht sogar auch für Dokumente, Bildungsdokumente, Führerschein, Pass oder so verwenden. Gibt es da Planungen von euch? Ne, überhaupt nicht. Also ich sehe da jetzt kein Wälder. Ich weiß nicht, wem ich das verkaufen soll und warum sollte das jemand installieren. Ich habe mal ein paar Meetups gesehen, da gab es so ein paar Startups, die auch Förderungen bekommen haben vom Staat und bauen so ein Ding. Aber ich frage mich, wozu? Wer wird das verwenden? Ich glaube nicht, dass die Adoption kommt für sowas so schnell und so einfach. Wir gucken, wo der Markt hingeht auf diese Finanzen und gucken, wo Bedarf da ist. Zum Beispiel das Limit-Ora-Protokoll, was wir fabriziert haben. Das ist super effizient und das ist der Satz für Zero-Ex, weil Zero-Ex ist zu teuer. Ja, verbraucht zu viel Gas und da gibt es noch zu viel Overhead. Zum Beispiel, dass man noch selber mit Ethereum quasi jede Transaktion, jeden Ora bezahlen muss, damit Zero-Ex-Leute, die Staken auch das Geld bekommen, sind in keinen Bedarf dafür. Also die Zero-Ex-Leute haben da auch ein bisschen was nach, quasi was verändert für eigenes Produkt. Die haben zum Beispiel diesen Match-Aggregator auch, die haben einfach die API von uns kopiert und haben angefangen und haben gesagt, ja cool, wir bauen das jetzt auch. Und am Anfang haben die ein Limit-Ora-Protokoll gehabt und jetzt versuchen die auch zu aggregieren und haben jetzt auch, unser Lead-Investor hat bei denen auch investiert. Wir waren sehr überrascht. Pantera hat einfach in das gleiche Produkt investiert. Wir waren sehr, sehr überrascht. Es war wie ein Messing im Rücken. Dennoch, ja, es ist halt Competition, es ist halt Wettbewerb und wir mögen das, also mit den anderen quasi im Wettbewerb zu sein. Machen wir unsere dritte Folie auf. Sergi, ich glaube, da haben wir noch ein paar Fragen. Die wir teilweise aber schon angesprochen hatten, aber gehen wir noch mal kurz durch. Genau, du hast ja gesagt, wo guckt er noch mal? Was war es? Polygon oder so? Ja, wir gucken da in die Richtung. Solange Optimismus noch nicht richtig ist. Wie sieht es mit Polkadot und Solana aus? Gut, Polkadot hat auch mit uns mal gesprochen. Allerdings sehe ich jetzt keinen Hype da drum. Ich sehe sehr viele Teams, was für Polkadot, auch Polkadot dran zu entwickeln. Allerdings, ihr wisst schon, wie es funktioniert. Polkadot Foundation geht hin und vergibt Geld, also verteilt Geld, damit jemand da drauf baut. Und das ist künstlich erschaffen. Und das ist künstlich erschaffene Wettbewerb, meiner Meinung nach. Solana, die klingeln bei uns öfters mal. Und der Alameda von FTX, der ist dort auch Investor und er fragt die ganze Zeit auch nach, ob wir da jetzt mal was machen. Ich sehe da jetzt auch keinen Bedarf. Da ist was los, aber ich glaube, da ist kein Leben. Es ist alles künstlich. Sowas wie bei Ethereum gibt es nirgends, außer halt ein bisschen Binance. Aber Binance ist auch schon ein bisschen künstlich, meiner Meinung nach. Da wurden auch ein paar Sachen gemacht, die jetzt nicht wirklich von den Leiden kamen. Die Leute benutzen es aktuell, weil es günstig ist. Aber nicht unbedingt sicher, würde ich mal behaupten. Ja, vor allen Dingen, wenn du das bei Binance sagst, wenn die jetzt weiterhin die Fees erhöhen, beziehungsweise die Gas Limits, wenn die weiter wachsen, irgendwann stolpert doch dann die Blockchain über sich selbst. Also wenn sie keine Nodes mehr haben, die sie speichern können, wird es einfach irgendwann zu groß, oder? Gut, Speicher ist günstig, würde ich mal behaupten. Man kann genug Speicher organisieren. Allerdings wird es schwieriger mit dem Betreiben an sich. Also gut, es gibt keinen Infuror oder so, oder Alchemy Services für Binance Smart Chain. Also wir müssen zum Beispiel, also wir machen das auch für Ethereum. Wir lassen ein eigenes Server laufen, damit wir einfach sicher gehen, dass dann nicht manipuliert wird. Zum anderen bekommen wir die Blocks früher von den Minern, weil wir direkt angebunden sind. Bei Ethereum, bei Binance Smart Chain, wir versuchen einfach sicher zu gehen, dass die Noten erreichbar sind, weil wir haben ziemlich viel Traffic. Und ja, es wird schwierig, wenn zu viele Daten repliziert werden müssen und die States, also die Blocks immer größer werden. Es kann sein, dass die drei, vier Sekunden gar nicht ausreichen. Die reichen jetzt auch schon nicht mehr aus. Es gibt diese Reorganisationen nur deswegen, weil diese großen Blocks, die können nicht weit verteilt werden an alle Validatoren rechtzeitig. Okay, dann hat uns einer, die Community hat uns nochmal kurz gefragt, wegen Furo-Combo. Da gibt es ja die Möglichkeit, schön, was du vorhin angesprochen hast, ein Geld-Lego sozusagen zu spielen auf Ethereum. Können wir uns das vielleicht mal, hast du da näheres Wissen dazu und könnten wir uns das vielleicht mal gemeinsam angucken in einem anderen Gespräch? Ich weiß nur, man kann halt so mehrere Sachen in eine Transaktion stecken. Also zum Beispiel, man kann was bei Uniswap tauschen und dann gleichzeitig in der gleichen Transaktion noch zum Beispiel in eine Farm stecken und dort losfahren. Kannst du dazu, hast du dazu irgendwelche, hast du dazu Wissen? Ja, also die Jungs kenne ich natürlich auch persönlich, die haben uns integriert, seit der ersten Version von der Schnittstelle. Ja, die bieten halt die Möglichkeit, dass du dann quasi deinen Weg selber baust. Zum Beispiel, du machst Deposit bei Compound und dann von Compound machst du vielleicht einen Swap auf Warnisch zu was anderem oder so. Ich glaube, die haben auch Synthetix integriert, das ist auch eine coole Geschichte. Du kannst zum Beispiel Ethereum zu SUSD wechseln und dann von SUSD kannst du ohne Price Slippage, kannst du dann irgendwie zu Bitcoin oder so. Tauschen mit ein bisschen Pi und dann wieder rausgehen. Das geht natürlich nicht in eine Transaktion bei Synthetix, die schützen sich da. Aber vor der Compa schon an sich so ein, ich würde mal sagen Spielzeug, nicht super sicher. Die wurden mal gehackt, weil die haben den Proxy irgendwie falsch, also schlecht geschrieben und da gab es ein Sicherheitsproblem. Und die haben natürlich auch keine richtigen Audits gemacht. Passiert, ja gut. Ich glaube, die haben das Geld wieder zurückgezahlt aus der eigenen Tasche. Aber ansonsten, das ist alles so ein Spielzeug, meiner Meinung nach. Wenn du zum Beispiel jetzt so ein Ding baust, okay, ich schwoppe jetzt auf Inuswop, dann schwoppe ich auf Balancer und ich versuche hier einen Arbitrage-Weg zu finden. Wozu? Du hast Pufffinder, du hast One-Inch-Pufffinder. Das Ding macht das Out-of-Box. Okay, okay. Stell dir mal vor, du hast 53 Ressourcen und dann musst du überall gucken, welche Rates es gibt, wie viel du tauschen sollst, damit du am Ende den besten Rate bekommst. Und dabei musst du noch gucken, wie viel Gas es noch verbrauchen wird. Das macht unser Pufffinder. Also ich habe das, ich habe das, die letzte Version habe ich entwickelt, größtenteils. Es wurde jetzt vor zwei Wochen wurde das von unserem Lead Blockchain Engineer Michael und auch Ivan verbessert. Es wurde jetzt drei, vier Mal schneller gemacht. Aber die Struktur habe ich selber aufgestellt, basierend auch auf die Ideen von dem Team. Und was da passiert ist, der Pufffinder, der guckt, der geht über alle Ressourcen. Es werden intern auch unterschiedliche Algorithmen verwendet, z.B. Dynamische Algorithmen. Und dann wird geguckt, okay, wer wie viel getauscht werden soll, damit du am Ende den besten Preis bekommst. Und da wird auch noch dann unterschiedliche Markets verwendet und das ist auch ziemlich wichtig. Also wenn du z.B. jetzt von Hand das Ding zusammenpflegst, kannst du vergessen. Da gibt es zu viele Kombinationen, die du ausprobieren möchtest. Da komme ich gleich noch mal zu der nächsten Frage. Letztens habe ich einen sogenannten, also im Ethereum-Gebiet heißt das Shitcoin sozusagen. Da habe ich einen Shitcoin gefunden, den wollte ich bei euch swappen und hatte auf meiner Wallet hatte ich Ethereum und noch einen zweiten Coin, den ich eigentlich gerne verkaufen wollte. Und ich wollte eigentlich Ethereum und den zweiten Coin zusammen gegen meinen Lieblingscoin da tauschen und habe keine richtige Möglichkeit außer halt dieses Furo-Kombo gefunden, die mir das erlaubt. Und da wollte ich fragen, ob es nicht sowas auch bei euch möglich wäre, dass ich mehrere Inputs bekomme und vielleicht sogar auch mehrere Outputs und vielleicht sogar noch sagen kann, schick mir den Output bitte noch an diese Adresse. Also ich könnte mir vorstellen, da gibt es bestimmt ein anderes Gate-Lego dafür, aber vor allem das mit den mehreren Inputs. Das würde mich mal interessieren, ob das in eurer Logik möglich wäre. Prinzipiell ist das möglich. Allerdings, also wir haben das intern diskutiert. Ich wollte das im Future auch haben. Allerdings haben wir das noch nicht geliefert, weil es hat so ein bisschen, es gibt Probleme bei der Sicherheit. Wenn wir im Smart Contract, in dem Aggregation Protocol Smart Contract erlauben, dass der User eine Transaktion machen kann und von seinem Wallet mehrere Tokens quasi transferiert werden können, dann muss man sicherstellen, dass bei der Wallet quasi auch gezeigt wird, okay, jetzt tust du nicht nur Ethereum gegen DAI swappen, sondern du hast Ethereum, Shitcoin, Shitcoin, irgendwas gegen zum Beispiel DAI oder DAI USDT. Technisch ist es möglich, es ist ein bisschen gefährlich und wir wollten uns das nochmal überlegen. Ich finde die Idee auch cool, vor allem wenn der Markt gerade so hoch ist, wie es jetzt ist, du kannst schon alle deine Coins selektieren und dann gegen Stablecoins tauschen. Prinzipiell ist es ja egal, wenn du guckst, okay, für dich ist es okay, USDT, DAI, USDC, vielleicht noch irgendwie TUSD. Und unser Algorithmen kann das eigentlich auch sagen, okay, jetzt habe ich hier auf einer Seite irgendwie zehn Tokens und ich will irgendwie einfach Stable Tokens haben. Das können wir organisieren prinzipiell. Allerdings gibt es da noch Limitierung Gas Limit. Also so ein kompliziertes Swap kann mal locker fünf Millionen, vielleicht zehn Millionen Gas verbrauchen. Das heißt, du kannst eventuell maximal nur zwei, drei Tokens benutzen, je nachdem wie viel du von den Tokens hast und wie komplex es dann hier quasi geswappt wird, ob das über mehrere Markets geht. Prinzipiell ja, es ist aber ein bisschen quasi Trade-off. Security von der einen Seite, von der anderen Seite Gas Block Limitierung. Auf BC würde es, glaube ich, besser gehen. Aber es wäre am Ende immer noch günstiger, diese eine Transaktion zu machen, als wenn ich jetzt fünf oder sechs Transaktionen mache, ja. Also du hast schon Overhead bei jeder Transaktion von 21.000 ungefähr. Ja. Ungefähr, warte mal, beim Versand sind 21.000. Beim Smart Contract sind es ein bisschen mehr. Ich glaube, 40 oder so, 50, bin mir nicht sicher. Ja, du sparst schon ein bisschen, ja. Du hattest gesagt, dass da, dass du das diskutiert hattest und da ein paar Gefahren auftreten. Kannst du da mal ein bisschen was noch dazu sagen, welche Gefahren ihr da seht? Also wie ich schon gesagt habe, wenn jemand eine Transaktion macht und von seiner Wallet zum Beispiel alle Tokens transferiert werden, ja, dann ist es halt gefährlich. Bei uns ist es aktuell so, wenn jemand eine Transaktion macht, dann wird nur ein Token transferiert und dann wird auch sichergestellt, dass der User auch das bekommt, was er wollte, ja, was in diesem Call Data drinsteht, in dem Funktionsaufruf. Bei, bei mehreren Tokens, wenn jemand so eine, so eine, so ein Ding manipuliert, ja, so ein Aufruf manipuliert, zum Beispiel so eine Scam-Seite macht, ja, dann kann er eventuell alle Tokens auf einmal transferieren zu einer anderen Wallet, ja. Dann kann ein User einfach alles verlieren. Bei aktuellen Scam-Seiten verliert er eventuell nur einen Token, weil er dann sieht, okay, er hat jetzt nichts bekommen, nachdem er einen Swap gemacht hat. Das, also ich sehe das öfters mal hier, dass da irgendwie wieder mal Scam-Seiten erstellt werden. Sogar Google erlaubt, also macht so, er erlaubt Ads, so Werbung für Scam-Seiten, ja. Also der Anton, der hat jetzt Anwälte engagiert, die jetzt Google mal auseinandernehmen, weil die das erlauben. Ja, das ist dieser Aspekt, dass man mit manipulierten Transaktionen von dem One-Inch-Liquidity-Agration-Protokoll dann den kompletten Wallet quasi leer machen kann. Wäre jetzt eure, Entschuldigung, wäre eure Wallet jetzt die Möglichkeit, diese Sicherheit zu geben dann sozusagen? Weil du vorhin gesagt hast, man sieht dann nicht so richtig, was geswappt wird, aber bei eurer Wallet kriegt man das ja vorher alles jetzt ordentlich angezeigt, wenn ich das richtig in deiner Erklärung vorhin entnommen habe. Ja, genau. Also jetzt zeigen wir an, was genau getauscht wird, von was zu was und wie viel du da mindestens bekommst. Prinzipiell, wenn wir so einen Smart-Contact bauen würden für diesen Multi-Swap, dann würden wir das auch supporten, ja. Es ist einfach nur Call-Data pausen und dann zeigen, was genau passiert. Es gibt ja im Prinzip zwei Stufen. Es gibt einmal so einen Swap N zu 1 oder N zu M. Und ich denke mal, N zu 1 ist ein bisschen sicherer und wenn ihr die Wallet habt, kann man ja da noch irgendwie zwei Faktor authentifizierungsmäßig irgendwas noch mit einbauen. 1 zu N wäre sicherer, also wie N zu 1, ja. Also wenn du ein Token gegen viele andere tauscht, dann können wir prüfen, okay, ein Token wird sonst transferiert und so und so viele Tokens hast du dann auf dem Wallet-Ballets zum Schluss. Ja, dann fang doch vielleicht erstmal mit 1 zu N an. Und ich meine, klar, der Mario, ich auch, also mich wird halt N zu 1 interessieren. Ja, ich verstehe schon, dass man mal Shitcoins verkauft, ja. Ja, klar, die ganzen Shitcoin-Dust mal von der Wallet wegbekriegt und gegen was Besseres swappen kann, ja. Es gibt ja auf der Binance zentralen Börse gibt es ja diese Möglichkeit, diesen Dust, also diese kleinen Werte in BNB zu tauschen und das Ding würde ich dann halt auch in irgendwas tauschen, wenn es halt nur 1-Inch-Token ist. Also ich sage dazu immer Valhalla-Assets, weil das sind entweder Token, die vielleicht irgendwann in Zukunft, keiner weiß wann, mal einen Wert bekommen, aber momentan haben sie halt wenig Wert. Und wenn du deine Adressen mal ein bisschen aufräumen willst und nicht so viel Kleinkram drauf hast und ab und zu kriege ich mal so einen Rappel, wäre das schon nicht schlecht, dass ich dann sage, okay, diese, diese, diese und die tausche ich jetzt von mir aus in 1-Inch oder in DAI oder in ETH oder was auch immer. Es klingt gut, dass ihr erstmal schon drüber nachdenkt. Da freue ich mich drauf, wenn das Feature kommt. Ja, du kannst, glaube ich, das über Fotokombo machen. Genau, da habe ich es versucht. Es war allerdings mega umständlich und es kostet dann halt auch wahnsinnig viel, weil die von Fotokombo nehmen ja auch nochmal ein paar, beziehungsweise die Transaktionen von denen, wenn man die zusammenbaut, die sind recht teuer, habe ich das Gefühl. Und es ist auch sehr umständlich zusammen zu klickern. Alles ist teuer. Auch wenn wir das implementieren, wird es auch teurer sein, weil es wahrscheinlich mehrere Swaps, es muss über mehrere Changes gehen. Und ja, also die, die, die haben ja unsere Schnittstelle integriert. Das heißt, du kannst einfach deine Shit-Talks auswählen, dann 1-Inch verbinden, ja, und dann beim Output kannst du dann ein bestimmtes Token dann verworben. Ja, aber nochmal, nochmal zu Preisen. Ich habe jetzt heute vorhin gesehen, ich schaue nochmal nach, wie es gerade aussieht. Die Ethereum Gas Preise, also die Transaktionsgebühren sind gerade so niedrig. Hier zweistellig, 49, GY, 50 jetzt gerade wieder. Gibt es da, die sind da, so niedrig habe ich die jetzt schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Hast du da eine Erklärung dafür? Liegt das am Berlin-Upgrade von letztens? Wir haben das seit Monaten nicht gesehen oder halben Jahr oder so länger. Ja, das ist deswegen ein Upgrade. Also im Detail habe ich mich da nicht befasst. Soweit ich weiß, die haben einfach die Preise neu verteilt für die einzelnen Befehle. Einiges wurde teurer, einiges wurde günstiger. Wir haben uns schon darauf angepasst. Also der Anton und Michael, die haben schon die Verträge schon, die wir schon vor Monaten deployed haben, die waren schon darauf optimiert. Dass das nicht zu teuer wird für die Leute. Und deswegen sind wir auch günstiger wie Zero-Ex oder andere Aggregatoren, weil das schon von Anfang an mit berücksichtigt wurde. Plus die Optimisierung, die wir jetzt letztens herausgebracht haben für die SOPs. Sehr nice. Gut. Also ich bin dann jetzt erstmal zufrieden mit allem. Ralf, du warst so lange still? Ja, die technischen Dinge, die wurden jetzt alle erklärt. Und ich habe da auch nichts weiter, keine weiteren Fragen, weil müsste man dann wahrscheinlich in einem sehr technischen Umfeld alles mal durchsprechen. Ich würde gerne noch ein bisschen werben. Die One-Inch-Foundation sucht Leute, Firmen, also Teams, die gerne dabei bei One-Inch-Network mitmachen würden. So wie wir als Independent Core Contribution Team kann jedes Start-Up hier mitmachen. Aktuell sind zwei Start-Ups in der Pipeline. Eins wird sich mit dezentralem Storage befassen. Das andere Team arbeitet an dezentralen ETF. Quasi so eine Art Index. Und jeder, der eine coole Idee hat und hier beitragen möchte, kann sich bewerben bei der Foundation. Ich persönlich habe mit denen nichts zu tun. Ich habe keine direkte Verbindung zu denen. Das ist ein Independent Board, was den Token erstellt hat und ein Budget hat, quasi ein Budget, zum Verteilen von den One-Inch-Token. Und die Idee ist von der Foundation auch, die Firmen, Teams, Start-Ups quasi zu finanzieren mit One-Inch-Token, damit die auch für One-Inch-Network was produzieren. Jeder, der hier mitprogrammieren möchte und auf GitHub gibt es Smart-Contracts. Jeder kann zum Beispiel bei einem Liquid-Protokoll mitmachen, wo man eine coole Idee hat, eine neue Formel oder einen neuen Ansatz für bessere Effizienz. Dann kann jeder quasi so eine Bewerbung abgeben, coolen Request machen und dafür dann vielleicht so 10, 20, 30, 40, 50.000 Dollar, 100.000 Dollar in One-Inch-Token bekommen. Das ist alles möglich. Ja, und One-Inch-Labs sucht auch Eingestellte, falls jemand Lust hat, remote zu arbeiten, Software-Developer, Community-Manager, Agile-Coach, Agile-Product-Owner, Marketing-Mensch, alles wird hier gebraucht. Gibt es denn zu dieser One-Inch-Foundation eine Web-Adresse, wo man das alles nochmal im Detail nachlesen kann? Ja, natürlich. Es gibt die One-Inch.io, das ist so ein, ich scher mal kurz, das wurde jetzt vor, ich glaube, vor einigen Wochen veröffentlicht. Das ist die Webseite von One-Inch-Network, betrieben von der One-Inch-Foundation, genauso wie die App hier, da wo man hier die ganzen Sachen machen kann, im One-Inch-Network. Der Aggregator ist hier mit drin, die DAO ist mit drin und auf der Lining-Page findet man halt ziemlich viele Informationen. Was ist One-Inch-Network? So ein bisschen Daten. So, es gibt Aggregation-Protokoll, es gibt Reliquidity-Protokoll, es gibt die DAO, es gibt der One-Inch-Token, die ganzen Ecosystem-Partners, die ganzen Stakeholders, in Zukunft zu der DApp, man kann nicht jetzt auf die Foundation gehen, hier wird auch erklärt, es gibt Grants und man kann hier so ein Apply-For-Grant machen, so eine Bewerbung abschicken, so ein Formular. Also die Grants sind das, was du von denen gerade gesprochen hast, wenn man das programmieren will, kriegt man von euch dann sozusagen finanzielle, also nicht von euch, sondern von der Foundation dann finanzielle Unterstützung. Genau, von der Foundation, in One-Inch-Token, ja. Nicht nur programmieren, ich sage nochmal kurz, nicht nur programmieren, also jeder kann hier mitmachen, meiner Meinung nach. Du kannst im Support, quasi so Community-Support mitmachen, du kannst im Forum aushelfen, du kannst als Community-Manager haben, du kannst Meetups machen, zum Beispiel deutschlandweit, kannst du dann in jeder Stadt hinfahren, oder halt remote, in jeder Meetup-Gruppe mal auftreten, und dafür bekommst du auch ein Grant. Ja, alles, was hilft, das zentrale Netzwerk aufzubauen, zu verbessern. Erzähl doch vielleicht noch ein bisschen zum Unterschied zwischen der One-Inch-Foundation und der DAO. Also, die One-Inch-Foundation wurde erstellt, damit man hier überhaupt starten kann, ja. Die hat halt so einen Zweck, den Token so dezentral zu machen, ist nicht möglich, bloß das Netzwerk soll ausgebaut werden, ja. Und, das ist quasi so eine Phase 1. Es soll in die DAO übergehen, in, also hier, die DAO, die da ist, das ist so eine Art Instant-DAO. Du kannst schon mal einen Stock und Staken, dann kannst du für bestimmte Einstellungen quasi abstimmen. Später sollte so eine Governance kommen, die Compound-ähnlich ist, wo auch so Proposals erstellen können, und basieren auf den Proposals, also die Leute dann abstimmen können, und sollte so ein Proposal durchgehen, wird entweder, ähm, quasi so ein Code ausgeführt, was schon beim Proposal mit angegeben wurde, zum Beispiel ein Smart Contract, äh, wird irgendwie, äh, deployed, oder, äh, da wird eine Funktion ausgeführt, die zum Beispiel ein neues Protokoll in das, äh, Netzwerk mit aufnimmt. Aktuell geht es um die Foundation, äh, Foundation ist so eine Non-Profit-Organisation, äh, die schon den Sinn und Zweck, was ich schon erklärt habe, hat, äh, quasi alles dezentral zu machen, das ist möglich, und dann das Ding auszubauen. Auch die, äh, das, äh, dieses Community-Treasury, ja, die, die Tokens, die für die Community abgelegt wurden, äh, die gerade noch von der Foundation verwaltet werden, die sollen auch in die Dauer übergehen, und das ist dann die Phase 2, die kommt, äh, irgendwie nächstes Jahr. äh, äh, da sind wir auch froh, wenn, äh, wenn, wenn da noch mehr Leute, Moment, muss man kurz aktualisieren, dass da, wenn da noch mehr Leute da mitmachen und dann mitschieben, zum Beispiel jemand kann, ein Grant bekommt, wenn er zum Beispiel die Compound-Governance an die, an den One-In-Stücken anpasst, an das One-In-Network, und das in, äh, GitHub ausliefert, als Open Source, das wird dann zum Beispiel dann, äh, wird ein Audit, Audits bekommen von Consensus, äh, Open Zeppelin, die Kosten übernehmen die Foundation wahrscheinlich, und wenn alles gut ist, dann gibt es wahrscheinlich noch eine, äh, kurze Abstimmung über Snapshot, äh, Org, das ist auch so ein, hat Governance-Ding, wo man quasi so, ähm, wo die Leute, die den Token halten, noch abstimmen können, wenn das alles durchgeht, dann kann man das, ähm, hier, quasi, alles, äh, quasi starten. Also die Phase ist hier zwei, für Early 2022 gedacht, ähm, von, von unserer Seite, wir sind ziemlich beschäftigt, wir haben jetzt, wir haben ein Team, was, was, was World erstellt, wir haben ein Team, äh, was an den Frontend, äh, ein bisschen rumspielt, ähm, und contributet, ähm, ich persönlich bin gerade dran, eher an, an so irgendwelchen, äh, Informational Services dran, äh, wo zum Beispiel, so eine Art Schnittstelle, wo zum Beispiel diese Transaktion, an die Meine weitergeleitet wird, ähm, ähm, genau, und wir, wir werden froh, wenn jemand noch dann mit dazu kommt, vielleicht ein independent Team, äh, unabhängiges Team, was dann, äh, an den Dauern schaut. Also ich, ich fasse mal kurz zusammen, die Foundation, also die Stiftung, ist gegründet worden, um den Token zu emittieren, zu verteilen, hat die Dau initiiert, und Ziel ist, dass er irgendwann selber, ähm, obsolet, also überflüssig wird, und die Dau dann die kompletten Geschäfte mit übernimmt. Und über den, über den One-Inch-Token kann ich bei der Dau mitbestimmen. Richtig? Genau, genau, genau. Aktuell, aktuell jetzt noch, nur die Einstellungen setzen, für die bestehenden Protokolle, ähm, und dann später, dann richtig, äh, Proposals machen, mit, äh, Code-Ausführung, äh, Protokoll hinzufügen, entfernen, vielleicht irgendwie ein neues Protokoll verteilen, äh, äh, und auch Zugriff auf die, auf die Tokens. Zum Beispiel, dass da irgendwie ein Farming-Pool gestartet wird, die Tokens werden aus Treasury rausgenommen, zuvor, äh, als, äh, Smart-Contract beschrieben, und wenn die, wenn alle abgestimmt haben, und dafür gestimmt haben, dann wird, äh, das ausgeführt. Dafür, dafür muss aber der Token, äh, ziemlich dezentral sein, äh, 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 wollten wir auch nicht, dass, dass es zuerst die Dauer gibt, weil dann wären wahrscheinlich irgendwelche Wells da und würden dann so stimmen, wie diese wollen. Und die normalen Sterblichen würden überhaupt keine, keine Macht haben, ne, und, äh, wir wollen, dass die Community da bestimmt, dass das dezentral ist, und deswegen gab es diese Zweifel. Wie viel, äh, sofern das bekannt ist, oder ihr das sagen könnt, oder, äh, wie viel Geld hat denn die Foundation eingesammelt, oder wird es zur Verfügung stellen? Die, ähm, die Foundation hat, äh, Zugriff auf, äh, 30% der Tokens, die von der Community abgesetzt wurden. Lass mal kurz, äh, 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 aktueller Preis um die 5 Dollar, 2 Milliarden, 250 Millionen Dollar, theoretisch, ist aber nicht liquide, ne, also liquidität gibt es nicht auf dem, auf dem Market. Deswegen kann die Foundation auch nicht alles raushauen, äh, es wird aber trotzdem ziemlich zielgerecht gemacht, es wird auch überprüft, dass die Teams, die da reinkommen dass die auch das bauen können, was die versprechen dafür gibt es dann mehrere Runden mit Anton mit Michael, die technisch das absegnen, es gibt Nick wo man auf die Contributors geht ich darf natürlich meinen Seinpunkt dazugeben als Co-Founder Nikita zum Beispiel, der guckt von der Business Seite, ob das passt, auch quasi geschäftstechnisch business technisch umsetzbar ist es gibt noch andere technische Lads, die da auch dann ihre Meinung sagen und basieren darauf, entscheidet die Foundation, wo hin und nehmen wir mal an, da würde sich einer von den Jens Sprüdern melden, die die ursprüngliche DAO erstellt haben, Christoph Jentsch was würdet ihr dann da ja würdet ihr da dann positiv dem gegenüberstehen je nachdem wie sie sich melden es hängt davon ab, was die von uns wollen oder was die uns bringen möchten also wir sind über ihre Hilfe dankbar also es gibt sehr sehr viel zu tun also ich persönlich schlafe manchmal nur drei vier Stunden am Tag und arbeite eigentlich ziemlich ziemlich die Woche durch verbringe meine Zeit mit meiner Tochter und sonstige Zeit sitze ich hier und hacke rum je mehr je mehr Leute da mitmachen desto besser ist es geht ja um dezentrales Netzwerk dezentrale Systeme Protokolle ja und je mehr Leute da mitmachen desto besser ist du hattest noch da auf der letzten Seite was mit DAB also dezentrale Applikationen was gezeigt da versteht ihr eure Protokolle drunter also die Softwareprodukte und die Wallet auch also es ist so diese One-Inch-App das ist der der Zugang zu zu den Protokollen von dem One-Inch-Network da ist Aggregation-Protokoll drin da ist Liquidität-Protokoll drin also man kann zum Beispiel Liquidität-Protokoll dann Liquidität zur Verfügung stellen man kann über Farming mitmachen das habe ich recht schon erklärt man hat die DAO also man kann in der DAO dann Staking machen also es ist einfach eine benutzerfreundliche Implementierung für die Normalsterblichen man könnte natürlich direkt mit den Smart Contracts interagieren aber ja man braucht halt so ein User-Interface würde ich mal behaupten und die Wallet an sich Wallet ist Wallet also quasi Crypto-Wallet Funktionalität ist drin zusätzlich ist da auch der Aggregator also Aggregation-Protokoll implementiert das heißt die DAB rufe ich dann eine Browser auf ja ok wenn man jetzt der New One es gibt interessierte Leute die viel auf Kommunikation stehen und vielleicht von Red Hat kommen und dort auch schon Community Manager waren was schätzt du was könnte man da so als Community Manager wenn man sich in eure Dienste stellt was könnte man da so verlangen oder bekommen es ist individuell also es gibt keine fixe Liste soweit ich weiß wo so und so viel soll dann Community Manager bekommen weil das Ding ist halt dezentral ausgelegt und auf die ganze Welt wenn jemand aus Afrika kommt dann wähle er wahrscheinlich weniger wie ein US-amerikanischer Community Manager oder deutscher Community Manager und klar will er wahrscheinlich viel verdienen aber basierend auf dem wo er aus dem Land wo er kommt braucht er wahrscheinlich weniger und er wird halt individuell verhandelt ja irgendwie jeden 10.000 Dollar zu zahlen ist glaube ich auch blöd vor allem das wird immer nicht stockens ausgegeben und diejenigen die immer nicht stockens bekommen werden wahrscheinlich auch wenn wir nicht stocken dann irgendwie am Markt verkaufen im Machine Step kümmern können wir uns eigentlich gar nicht dran was auf dem quasi secondary market passiert Coinbase hat uns gelistet ich wurde zu einem Podcast eingeladen so ein äußerer amerikanischer Blogger hat mich hat mir gratuliert und meinte was denke ich dazu habe ich dem gesagt I don't care ich habe gut deutsche Scheiß drauf was das für einen Preis hat man nicht stocken ist genau man nicht stocken nicht mehr und nicht weniger und da gibt es kein finanzielles quasi value dahinter ja wenn du wenn du dich selber bewähren möchtest dann gerne kannst du dann angeben was du verdienen möchtest wie viel Zeit du da aufbringen kannst und dann gibt es dann hier wahrscheinlich Interviewrunden ok ich habe vielleicht einen Interessenten genau also deutsche Community ist auch cool oder englische auch also viel ist es hier in englischer Sprache wir gucken wir versuchen auch mehrere Leute aus unterschiedlichen Ländern anzugeben hier also falls dich jemand bewerben will die du schickst mir noch die die Links die packen wir dann neben dem Post legen das neben dem Podcast und ansonsten könnt ihr euch uns natürlich kontaktieren entweder über Telegram oder über unsere Homepage defi.jetzt und telegram defi-jetzt und dann danke ich dir Sergej für deine Zeit für deine Infos und danke für deine Einladung gerne und wir fangen wieder dann ja dann recht vielen Dank ok ciao tschau